Hallo, Sebastian hier von der Bogensportwelt und wir sind mal wieder bei einer Folge von Ah, Bogensportwissen vermittelt durch die Bogensportwelt. In dieser Serie möchte ich dir die 13 Grundregeln des Bogensports näher bringen. Kommen wir direkt zu Regel Nummer 2. Um Regel Nummer 1 einhalten zu können, darf natürlich niemand vor, hinter oder direkt neben dem Ziel stehen. Wir wollen ja Unfälle vermeiden und wollen sicher aus dem Training zurückkommen. Und das war es von der heutigen Episode von Bogensportwissen vermittelt durch die Bogensportwelt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Euer Sebastian. Ciao.